Im Weinregal sieht man immer häufiger veganen Wein. Aber meines Erachtens wird Wein aus Weintrauben hergestellt. Was sind denn die tierischen Produkte? Die tierischen, also Stoffe tierischen Ursprungs kommen den Wein hauptsächlich wegen der Schönung zum Einsatz. Und dabei handelt es sich oft um Hühnereiweiß, ganz alter Methode. Casein wird verwendet, das wird aus Magermehpulver hergestellt, ein Protein. Und Fischblasenextrakt kommt auch zum Einsatz. Und auch ab und zu Gelatine, oftmals auch als Mischpräparat.